Leckt mich am Arsch, ihr blöden Weiber! Gut, ich hab's nicht gesagt. Im letzten Moment hab ich die Zähne zusammengebissen. Wegen Saskia. Sonst hat sie wieder Probleme. Und macht mir Probleme. Ich will ihr das Leben nicht unnötig schwer machen, sonst macht sie mir das Leben schwer. Aber denken tu ich es. Ich denk es von ganzem Herzen. Diese vertrockneten Dorfschlampen können mich am Arsch lecken! Hinten und vorne. Pardon. Aber sie wissen, wie ich das meine. Was bilden die sich eigentlich ein? Glauben die wirklich, sie könnten mich beeindrucken, wenn sie sich über mich das Maul zerreissen? Darf ich nicht lachen? Sollen sie die Köpfe zusammenstecken und hecheln, bis der Mundgeruch sie gegenseitig vergiftet? Ich kann sehr gut ohne das gesülze Leben. Grüezi, Frau Brunner. Kommen Sie schon über? Darfst du schon etwas sein? Ja, Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Ja, alter Ex-Brunner, ich kann dich abverstehen. Verspottet immer da voll Arme, leuchtet ohne Mann. Du setzt dich ein für einen guten Zweck. Du bist eine starke Person, jetzt hast du den Druck. Ihr seid alle Scheisse, jetzt haben wir sie in der Mist drauf. Zum Tonner mit euch und am letzten Gestanker zu saufen. Himmel, Arsch und Wolle brauche ich. Ich glaube, dass ich ein Wunder brauche. Grüezi, Frau Brunner. Kommen Sie schon über? Darfst du schon etwas sein? Ja, Galati. Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Grüezi, Frau Brunner. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Ja, Galati. Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Ihr seid alles heimlich feist. Blätter von Glanz und Flore, ich zeige euch an den Finger, ich schwächle und checke meine Story da. Bin ich mit tief in Flanke, wegs und unähnliche Tage, darum herrige E-Minein, so idiotische Hinterwälter. Lecket mich am Arsch, ihr blöde Weib. Ich bin in der Schöndramm, ich bin in der Landesmeister, ich seige. Sternen, siehe, ich soll ein Dilemma. Fresset oder sterben oder geht nach Hause. Grüezi, Frau Brunner. Können Sie schon über? Darfst du schon etwas sein? Ja, Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Wow. Grüezi, Frau Brunner. Können Sie so nähen? Darfst du schon etwas sein? Ja, Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Auch wie ich für Verzweiflung und Tränen, doch keine Resignation in meinem Kampf. Mir land. Da nichts kann man erreichen, machen Sie nicht ganz wachen. Ficket uns nicht, ihr uren Barnduscher. Bistelk und desorientierte Kotzbräuche. Ich bock den Donnerklapf. Mach mich zum Abfall. So käme ich mit dem verdammten Kaff. Grüezi, Frau Brunner. Können Sie so nähen? Darfst du schon etwas sein? Ja, Galati. Können Sie so nähen? Oder brauchen Sie ein Säckli? Grüezi, Frau Brunner. Können Sie so nähen? Können Sie so nähen? Ja, Galati. Können Sie so nähen durchziehen? Säckli? Morgen kaufe ich an der Tankstelle ein. Nicht für ungut.